Wer sagt mir die Bedingungen für Adda'awah? Lage der Menschen kennen. Du brauchst zu wissen, wie die Leute denken, wie sie sind, was sie sagen, was sie tun, was sie verstehen. Du brauchst Wissen in der Religion. Drei. Akhlas. Richtig. Viertens. Weisheit. Du brauchst Wissen. Du brauchst zu wissen, wie die Leute denken, wie sie agieren, was sie verstehen. Du brauchst Ikhlas, dass du diese Da'awah für Allah machst, nicht für dich. Und du brauchst Weisheit, damit du das richtige Wissen an die richtigen Leute vermittelst. Dann fünftens, was brauchst du noch? Den Weg zu wissen. Das bedeutet, du befolgst Folgen vom Propheten und von seinen Gefährten, wie sie Da'awah gemacht haben.